Ausschalten. Ach nein! Die projizieren die um die Skelette drumherum. Das hab ich grad gar nicht gerafft. Das ist ja noch cooler. Oh, damn! Das ist genau die Zukunft, auf die ich Bock habe. Team Technik, Team Technik. Ja, hier ist nur ein Stück Wirbelsäule, Junge. Da konntest du nicht allzu viel projizieren. Das ist ganz gut, dass wir das gelassen haben, würde ich meinen. Die ganze Pflanzenwelt wuchert hier immer weiter. Bald haben wir hier einen ganz eigenen Hologramm-Jurassic-Park. Da hinten ist irgendein Wasservieh. Glücklicherweise ohne Wasser. Das finde ich schön, dann kann ich mir das auch angucken, ohne mehr einzukacken. Das ist ein Grund zur Freude. Die Frucht heißt auch umgangssprachlich Ananas-Banane. Weil es wie eine Mischung aus Ananas und Banane schmeckt. Die Frucht ist hierzulande wirklich teuer. Wenn sie aber in Deutschland unter optimalen Bedingungen wächst, dann macht sie nach rund zehn Jahren auch eine Blüte mit anschließender Frucht. Die Frucht braucht rund neun Monate zum Ausreifen. Wow. Habe ich noch gar nicht von gehört. Interessant. Dankeschön. Der Mosasaurus, ja. Der Moser hat immer ganz schön rum. Darum ist er auch im Wasser geblieben, weil er an Land keiner Bock auf den hatte. Boah, Leute fragen mich manchmal, warum ich keinen Bock auf Meer und Tiefsee und so habe, ne? Ach, du Scheiße, Bro. Ne, ne. Bleib mal schön hier, Kollege. Ich regel das da oben. Der miese Camper. Genau. Wesers, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Hier kann ich quatschen mit der Tür. Oh, shit. Oh. Das gelang nach Fat Attack. Oh, damn, boy. Ist ja, er ist auch noch sehr schön. Wow, what, what, what? Bro, was bin ich sehend? Eww. Und die nächste Smokebomb. Ey, bin ich bei Assassin's Creed oder was? Oh, shit, man. Wo ist er hin? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Wie schnell war er gerade? Jumpt hier über die Dinos rüber. Junge. Aber er frisst. Wenn ich ihn mal treffe, der hat natürlich zugunsten seiner Schnelligkeit einiges an Tankiness und Rüstung und so aufgegeben. Aber wo ist er schon wieder? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Da drüben. Ja. Da habe ich gerade was gesehen, bilde ich mir an. Ich sollte halt nicht unbedingt runter aufs offene Feld, ne? Muss wirklich hoffen, dass er sich zeigt und dann muss ich reagieren, weil ich glaube, in Nahkampf mit mir wird er nicht gehen. Ach, du Scheiße. Junge. Kann ich den erwischen? Ich meine, wenn ich dem Hammerschlag verpasse, ne? Dann müsste es das eigentlich gewesen sein für ihn, aber ich glaube, das lässt ja nicht zu, ey. Allerdings habe ich doch auch meine coolen Heuschreckenbeine. Maybe kann ich ihm ja doch irgendwie entgegenjumpen, wenn ich ihn das nächste Mal spotte. Wir haben ihn zumindest auf 68 Prozent. Das ist ja ein Anfang. Da ist wieder eine Smokebomb. Holy shit. Kann sein, dass er mich jetzt wegheadert, ne? Für so einen bin ich aber gar nicht gut vorbereitet, ey. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Irgendwo da oben? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn immer nicht. Da! Jetzt! Ja, jetzt kann ich mal ein bisschen durchdrücken hier. 10 Prozent weg. Na komm, du Sau. Zeig dich! Der Consti-Boy hat Bock auf dich. Ja. Laden wir nochmal schnell nach. Gehen ein bisschen in Deckung hier. Aber ich fürchte... Oh, der war gut. Ich fürchte, meine Deckung interessiert ihn auch nur sehr bedingt. Sobald irgendwo ein Ohr vorguckt, ist das weg. Wie bei Yasopp, Junge. Wenn ich will, dann könnte ich eine Ameise das linke Auge wegschießen. Oder wie war das? Oh, was wird es jetzt hier mit einer Drohne? Junge! Spontane Ad-Phase, oder was? Ich glaube, es geht los, ey. Wo ist er hin? Da unten? Da sitzt er jetzt hier, oder was? Ne, ist wieder nur die Drohne. Das sind aber viele Drohnen. Bro, wie heftig ist er denn drauf? Kein Wunder, dass der so krass ist. Der hat einfach ein paar Drohnen immer dabei. Aber die halten wenigstens still, Junge. Die treffe ich. Die knall ich weg. Was hat er derweil gemacht? Hat er sich geheilt? Ein bisschen, oder? Er hat ein bisschen gerackt, würde ich mir ein. Ja, ja, probier mal, Junge. Jetzt kann ich dir mal richtig schön welche verpassen hier. Oh, ja. Krit an, krit an, krit. Mit seinen Katzenaugen. Da ist er wieder unsichtbar. Ja, ich habe ihn flitzen sehen. Da ist er. Da ist er. Okay, man kann seine Verstohlenheit tatsächlich durchbrechen. Jetzt hat er sie auch noch vervielfältigt, Junge. Was hat denn der für Tag drin? Das ist ja der oberkrasse Dude einfach. Oh mein Gott, Junge. Aber jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier. Come on, rein, das Magazin. Ratatata. Macht die Munition. Nice. Gut. Ribakoff ist erledigt. Ich warte oben auf dich. Aber der war sehr cool, der Fight. Der hat mir richtig gut gefallen, Mann. Da habe ich mir echt ein Drohgefühl von so einem Sniper. Als wäre ein normaler Sniper ja nicht schlimm genug als Gegner. Jumpt er hier rum, macht sie unsichtbar, ruft Drohnen und Doppelgänger und... Yo. Ichonisch. Ichonisch. Smart-Maschinenpistole. Wie jetzt, der droppt nicht das heftigste Sniper-Rifle ever. Du Ratte. Und schön eliminiert mit einem Meili-Hit. Einfach die Waffe in die Fresse gehauen. Stabil. Bunker-Film mit dem dritten. Dankeschön. Stark. Jetzt nach dem Kauf der PS5-Version geht meine PC-Version wieder. Vielleicht hätte ich vorhin auch einfach PS5-Version kaufen sollen, dann wäre das Tor offen gewesen. Öffnet einfach Türen. Auftragsziel. Eliminiere Katja Karelina. Ort Terracognita Organitopia Museum. Rebakov. Du musst Katja eliminieren. Direkter Befehl von Sovoil. Von ganz oben. Katja war Teil eines Verhörs, das offiziell nie stattgefunden hat. Offenbar ist bei diesem Verhör jemand gestorben, der nicht hätte sterben sollen. Die Details sind nicht alle klar, aber es ist immer besser, nicht zu viele Fragen zu stellen. Das weißt du ja auch. Da Katja bei einem Vorfall anwesend war, der nie stattgefunden hat, ist ihre Existenz ein Problem. Schalte sie aus. Sovoil wird dich dafür großzügig belohnen. Wow. Einfach so völlig normaler Job, ne? Lebst du jetzt eigentlich noch? Sah vorhin so aus, als hätte er noch ein bisschen gezuckt. Ja, er hat doch noch eine Schadenszahl kassiert, aber... Jetzt hat es sich ausgeschadet. Da brüllt sogar der T-Rex. Okay. Ja, den können wir nicht leben lassen, wenn ich den nochmal feite, Junge. Dann ist er bei Endstation. Ich loote jetzt noch schön seine Drohnen hier. Aber so viel Schaden habe ich noch nie gefressen von irgendeinem Hit. Selbst wenn ich in 20 Scavs irgendwie reinrenne. Oder in irgendwelche Bargestruppen, Junge. Die schießen mich dann mies über den Haufen. Aber die Cons, die sagen, Bruder, war was. Aber der mit seinem Header. Unangenehmer Typ. Hör mal. Unangenehm. Wie, Anna hier. Du näherst dich Banners Signal. Sie raucht einfach in Bann. Ich glaube, der Typ ist hier. Lebendig. Was? Okay, ich lasse den Kanal offen. Over. Mhm. Lassen wir mal offen den Kanal. Warte, haben wir hier genügend Verpflegung. Sogar ein Käffchen. Der Kaffee dampft sogar noch. Aha. Gar nicht verdächtig. Schicke Aussicht. Hat auch ein bisschen was von der Dino-Welt, oder? Fehlt jetzt noch so ein Hologramm. Das ganz schnell hier auf den verglasten Teil zugerannt kommt. Und was ist da noch? Nur eine Taschenlampe. Aha, aha. Aber wo soll hier was sein? Hier drüben. Ah. Bitte. Bleib ruhig. Was ist das jetzt? Lass mich das erklären. Ich werde erst mal looten, um mich zu beruhigen. Sehr gut. Ein toller Mantel. Was zum Teufel machst du hier? Wer bist du, verdammt? Ich hab auf dich gewartet. Katja Karelina. Sofoyle. Formalig. Ich brauche die Hilfe deiner Agentur. Du sprichst mit deinen Leuten, ja? Die hören dich. Das ist die, von der wir grad gelesen haben. Die weg sollte. Und die hat jetzt seine Stimme benutzt, damit wir ihr helfen. Das wär clever, aber ich fühl mich jetzt nicht so geil, deswegen. Wo ist Bana? Wo ist Bana? Das ist nicht mehr relevant. Top. Bana ist tot. Na gut. Ist jetzt nicht so überraschend. Woher weißt du, dass er tot ist? Sie hat ihn gekillt, oder? Ah, du warst also hinter ihm her. Hast du ihn erledigt? Hör mir zu. Ich bin bei Sofoyle in Ungnade gefallen. Die jagen mich. Sofoyle wird nicht aufgeben. Verstehst du? Keine Antwort auf meine Frage. Wie? Ich hab sie gescannt. Sie ist Spezialistin für Datenerhebung. Für Verhöre. Oh. Okay. Du solltest dir Sorgen um mich machen. In diesem Moment ganz klar. Sofoyle ist nicht hier. Ich schon. Jetzt zu Bana. Raus mit der Sprache. Und sie hat ganz schön was abbekommen, wenn ich unter den Stuhl gucke. Oh ja. Na gut. Wir haben Bana in Doctown geschnappt. Zuerst wussten wir nicht, für wen er arbeitet. Das stellte sich erst bei der Befragung raus. Ich hab ihn am Leben gehalten. Ich hab ihn behandelt. Aber was später passiert ist, ich war's nicht. Die lügt. Wie? Neue Befehle. Bring die dreckige Fotze um und schnapp dir den Biomonitor. Jo. Hallo. Anna. Family Friendly. Anna? Deine Leute, was haben sie gesagt? Das wird dir nicht gefallen. Ich soll dich umbringen. Brasilien will dich töten lassen. Rat mal, wer den Abzug drücken soll. Wo? Worüber reden wir hier? Ich hab doch wertvolle Daten für dich und deine Leute. Wir alle sollten doch professionell bleiben, da? Das sind nicht meine Leute. Banas Chums haben mich angeheuert. Ich sollte ihn oder seinen Biomon finden. Nein, warte. Du bist ein Söldner. Ich habe nur meinen Job gemacht. So wie du. Okay? Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Bitte. Hör mir zu. Ja, ich mein, das ist ja eine geile Begründung, aber ich mache ja auch grad meinen Job immer noch, ne? Ja, Lothar, hi. Red schnell, ich hab auch einen Job zu erledigen. Eigentlich ja, aber vielleicht ist ja was so krasses. Das ist eigentlich ein guter Deal. Die wollten halt den Biomonitor, ne? Banas können wir nicht zurückholen. Wir könnten ihn jetzt natürlich rächen. Wir können aber auch viel größeren Profit da rausziehen. Und so eine große Bindung hatten wir zu dem jetzt nicht, ne? Es ist allgemein wieder eine ultra weirde Agentenverstrickung. Wer weiß, wen wir an den Hacken haben, wenn wir sie jetzt umholzen. Andererseits könnte sie eine Gefahr für unsere Auftraggeber noch sein. Ich meine nein, wenn sie mit uns hier gerade zu tun hat. Darum bin ich schon durchaus interessiert an ihrem Angebot. Okay, die Koordinaten? Schick ich dir. Und jetzt verzieh dich. Ja, natürlich. Danke. Ja, voll gerne. Ich könnte sie aber immer noch umholzen, oder? Ich könnte sie immer noch umholzen. Oh Gott, wie asozial. Das ist ja wirklich das Allerreudigste, ne? So ein Deal zu machen und dann Hilfe. Was haben wir hier denn? Munition, Gewehre, schwere Gewehre, Handfeuerwaffen und der Biomonitor. Okay. Vielleicht können wir hier nochmal reinlesen. Wenn hier jetzt irgendwas besonders ekelhaftes steht, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Stabile Ausrüstung, tue es. Do it. Do it. Cyberware. Fähigkeitssplitter. Gönnen wir uns. Ja, moin. Kein Problem. Was hast du denn hier für Daten, hör mal? Zwei Nachrichten. Aufräumaktion von Katja Ann verschlüsselt. Das war ein ehrlicher Fehler. Woher hätten wir wissen sollen, dass der für die Brasilianer arbeitet? Und wer hat diese Aufräumaktion angeordnet? Ein ehrlicher Fehler, aber dennoch muss jemand dafür büßen. Die Aufräumaktion nach Marc Barners Tod wurden von Vitaly Sirachtin angeordnet, deinem direkten Vorgesetzten. Du bist die letzte Überlebende, die an Barners Verhör teilgenommen hat. Was soll ich jetzt machen? Als dein Freund kann ich dir nur raten wegzulaufen, so schnell und so weit weg wie möglich. Such dir jemanden, der dich beschützen kann. Als dein Fixer füge ich noch eine Sache hinzu. Sauvoi und Brasilien wollen demnächst ein Abkommen über mehrere Milliarden Euro-Dollar schließen. Derzeit weiß noch niemand von den Verhandlungsteilnehmern. Achso, es weiß niemand von den Verhandlungsteilnehmern, dass Sauvoi aus Versehen einen brasilianischen Agenten ermordet hat. Aber wenn diese Information ans Licht käme, würde es die Verhandlung gefährden. Man möchte dich zum Schweigen bringen, damit dies auf keinen Fall passieren kann. Wow, es geht natürlich wieder um Kohle. Ja, moin. Zakum, mit zwei wunderbaren Geschenkabos. Vielen Dank. An Jerry. Jerry, pass auf, ich hab hier ein bisschen Ärger. Ich kann die Lieferung nicht abholen. Kannst du sie irgendwo in den Longshore Stacks verstecken? Ich hol sie dann bei Gelegenheit. Ja, und sie will sich jetzt eigentlich nur verpissen, ne? Ob ihr das gelingt oder ob die jetzt nicht noch einen krasseren Auftragskiller schicken? Tja. Okay, ja. Na gut. Ich glaube, von ihr geht tatsächlich keine Gefahr mehr aus. Darum haben wir den besseren Deal. Biomonitor haben wir auch einen gesagt, das wollten die haben. Darum sehe ich jetzt gar kein Problem. Lu, 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 lu. Bedeutet, wir liefern den Biomonitor ab und dann müssen wir dieses Versteck noch checken, ne? Das war der eigentliche Plan. Heißt, nochmal eine Runde jetzt mit dem Fahrstuhl rumgorken. Hier haben wir ja eigentlich auch alle weggefetzt. So lobe ich mir das. Schön in die Schnauze geballert, Junge. Und kopp zu. So mögen wir das. Kann ich schnell reisen? Lohnt sich das? Lohnt sich schon, würde ich sagen. Oder? Longshore Stacks. So langsam merke ich mir sogar ein paar Ortsnamen hier. Also ich würde die niemals auf der Gesamtkarte von Night City finden. Aber so beim Schnellreisen, ne? Crash Street und Co. Das merkt man sich schon. Gestern Abend hatte ich übrigens auch noch geil zu tun. Weil für meinen Nachteulenkanal. Mhm. Für die Hörbuchsektionen da war es ja jetzt sehr lange still. Aber der gute Max, der... Nein! Ich will nicht. Der hat ja am dritten Teil von der Meuchelmörderchronik geschrieben. Und das ist jetzt tatsächlich bald fertig. Und deswegen sind wir jetzt auch wieder ein bisschen in Kontakt. Und er wollte jetzt die beiden vorherigen Teile, die ich ja einsprechen durfte, die wollte er bei Audible nochmal neu machen und hochladen. Und Audible hat da so ganz tolle Regelungen. Ja, deswegen kann ich das, was schon da ist, nicht einfach zusammenschneiden, sondern durfte das zusammenschneiden, beide Teile in eine große Datei und vor jedem Kapitel nochmal neu einsprechen. Sie hören jetzt Kapitel 1. Ende der Aufnahme. Reinschneiden. Neue Aufnahme. Sie hören jetzt Kapitel 2. Das durfte ich 37 Mal machen. Und dann war mein Abend gelaufen. Audible. Warum? Aber immer noch besser als Lautsprecheransagen. Bring den Biomann zum Übergabeort. Gib ihn nicht Anna. Ja, wenn Infos über Banas Tod rauskommen, schadet uns das bloß. Bitte, bitte, bitte mach, was ich dir sage. Du kriegst die Kohle so oder so. Hä? Ist er Doppelagent oder so oder was? Oder soll er den Deal securen? Was ist da jetzt los? Steven. Wie machst du? Jo, den hat er aber vorbereitet, den Textblocker. Sie hören jetzt Kapitel Brasilien. Brasilien steht kurz davor, einen Vertrag mit Sovoil über etliche Milliarden zu unterschreiben. Weißt du? Weißt du, was passiert, wenn Anna der Welt verrät, dass Sovoil einen brasilianischen Agenten ermordet hat? Der Vertrag geht in Flammen auf. Wichtige Leute verlieren einen Haufen Geld und dann haben wir ein Riesenproblem. Wenn wir die Daten von Banas Biomonitor veröffentlichen, verurteilen wir uns damit selbst zum Tod. Ich will nicht sterben wie. Sei vernünftig. Komm nicht zu uns. Bring den verfickten Biomon zum Übergabeort. Oh, okay. Okay, also wenn wir den abliefern, dann sterben die beiden. Aber dieser Deal platzt, das ist schon sehr, sehr geil, oder? Dass dieser Deal einfach platzt, das finde ich schon sehr attraktiv irgendwie. Oh nein, die superreichen Brasilianer verdienen im Jahr nur noch 200 Milliarden statt 205. Schnell, schick Taschentücher. Liefere den Biomonitor ab. Dass die beiden dadurch gefährdet werden, das ist natürlich schon sehr ungäul, weil ich mochte die eigentlich. Aber das sind ja coole Analytiker, die können sie bestimmt auch irgendwie retten. Na, dann müssen sie mit der Tante von gerade zusammenarbeiten. Ach, was mache ich? Mann, als ob sie mir so eine Entscheidung jetzt noch reindrücken. Hinterlege den Biomonitor. Oder liefere ihn bei den Agenten ab. Bin eigentlich für abliefern, aber Anna war so eine Nette, ne? Eigentlich kann ich ihr das nicht antun. Ob die jetzt 5 oder 50 Milliarden mehr oder weniger haben, juckt die ja auch nicht. Bin in Doctown geboren und aufgewachsen. Das sieht man aber nicht, Bruder. Du siehst völlig normal und chillig aus. Cortex, hi. Ich glaube, wir bringen das Ding zum Fixer. Sonst haben wir bald wirklich keine Freunde mehr hier, wenn wir immer alle so mit rein stricken, dass sie am Ende abtreten, Junge. Dann war es das mit meinem Questflow. Das wäre auch nicht schön. Ich glaube, wenn es nur Steven gewesen wäre, dann hätte ich es jetzt durchgezogen. Der ist einfach öffentlich gemacht. Aber Anna, ach man, das war doch so eine Nette. Ja, Nettigkeit siegt, sagt man so schön. Und dann lebt sie wenigstens. Andererseits, warte, bevor ich jetzt weitergehe. Wie hoch ist denn die Chance, dass sie die beiden überhaupt leben lassen bei dieser ganzen Geschichte? Ist da überhaupt eine Chance, dass die beiden leben draus kommen, egal wem ich das gebe? Weil die Bosse wissen das ja, die diesen Auftrag gegeben haben. Und das klang jetzt in keiner der Mails und in keiner der Nachrichten so, als wären die interessiert an zwei, drei Menschenleben mehr. Vermutlich, wenn es hundert wären, wäre denen auch scheißegal, ne? So, da sind auch hundert Leute im Bergwerk. Ja, wir fluten das, Bruder. Wir haben da einen guten Deal gemacht. Ah. Das habe ich ja auch gar nicht bedacht, ey. Liefere den Biomonitor bei den Agenten ab. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Ich glaube, wir nehmen doch die Option. Hitman mit den zwei Geschenkabos. Vielen Dank. Habe gerade mal selber Cyberpunk gestartet, um mal zu schauen, ob es mich mal juckt, selber zu spielen. Keine fünf Minuten gedauert, ist gleich Spiel gecrashed. Ey, heute ist aber schlimm, ne? Das ist ja unglaublich. Kann mich erinnern, warum ich das Interesse verloren hatte, weil Antaurend einfach Crash. Och Mann. Ja, ich glaube, bei mir war das Ganze am Anfang mit RTX und was nicht alles für schicke Grafikoptionen, ne? Das hat einfach während des Streams mein Rechner so derbe überfordert, dass dann, uh, richtig fett abkacken war. Aber, naja, wie wir heute gehört haben, ne? Egal, wie fett der Rechner oder nicht. Hey, dann kommt sie wieder. Gar nicht, das Glückskind. Die ist einfach weg von uns, Junge, die Glückliche. Von daher, heute geht's irgendwie rum, ne? Crafts seit gestern Abend immer wieder. Boah, das ist echt traurig zu lesen heute, ne? Die letzten Tage lief's alles so rund. So nice, so clean. Und heute, Junge, bei allen brennt's erstmal durch. Ja, ich mein, es ist Wochenende. Es spielen besonders viele, ne? Night City ist voll. So. Vermutlich ist das ganze CD-Project-Red-Hauptquartier einmal weggecrashed und jetzt müssen sie erstmal die Scherben einsammeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber dafür, dass die sich richtig freuen werden, mich zu sehen. Wir müssen den Biomonitor zerstören. Das weißt du auch. Nein. Diesmal guck ich nicht weg, Steve. Diesmal nicht. Hallo. Ich bitte dich. Was ist hier los? Die brasilianische Regierung veranstaltet jetzt gerade ein Gipfel in Rio. Mit Soft-Oil. Weißt du, was das heißt? Ignorier ihn und gib mir den Biomonitor. Das geht dich alles nichts an. Was macht der da mit dem Messer? Oder Schraubenzieher? Nein, er wird sie jetzt nicht killen, oder? Oder? Tob dich aus. Hier, bitte. Perfekt. Jeder einzelne Agent und jeder Nachrichtensender wird davon erfahren. Das wird ein Feuerwerk geben. Feuerwerk? Ach, Scheiße. Oh Mann, das wird übel ausgehen. Schade, jetzt ist es zu spät. Er packt seine Kiste. Fuck, ich bin hier raus. Ich war nie hier, verstanden? Die Tür steht weit offen. Ja, wenn es mal so wäre. Danke, wie? Du bekommst deine Eddies bald. Ja, danke. Okay, ich dachte, er sticht sie jetzt mit dem Schraubenzieher ab. Aber nein, er hat seine verdammte Kiste gepackt. Als wäre er in einem Großraumbüro gefeuert worden. So, als wäre er in Office bei Michael Scott raus, packt er erst mal seine Kiste ein hier. Ja, vergiss nicht die angefangene Sprite, Bruder, ne? Während er eine ganze Regierung im Nacken sitzt. Hey, Junge. Okay, das war, das war strange. Das da ist allerdings noch seltsamer. Naja, was geht bei dir noch? Danke, wie? Okay, sie ist happy. Naja, happy, happy, happy. Und ein bisschen eppileppi. Ich glaube, der ist im Stehen eingeschlafen, die Legende. Wollte schon sagen, Mr. Hans, der wird doch jetzt nicht sagen, das war scheiße, Bruder, ich hasse dich. Der sagt, cool, Kohle fließt, Junge, Patte fließt, Patte fließt. Nice. Naja, bin ich mit meiner Lösung doch nicht unzufrieden. Tschüss, Steven. Und so. Vielleicht sehen wir den auch demnächst noch irgendwo ein bisschen abhängen. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, die kommen da beide raus. Was haben wir denn noch? Da ist noch ein Auftrag. Das ist im Stadion direkt, oder was? Der zwielichtige Alltag. Und hier war noch was. Da ist Run This Town. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und zu Katjas Versteck. Das war jetzt der Teil, der noch fehlte. Das waren die Koordinaten. Genau, genau. Wieso höre ich bei Mr. Hans immer Falkenauge? Vielleicht bist du verliebt und hörst überall immer Falkenauge. Nee, ist das die deutsche Stimme von Falkenauge? Ich weiß es nicht. Also es würde passen von der Betonung, ne? Es wäre durchaus passend. Aber alles, was ich mir so zurechtdenken könnte, wird von den Lautsprechern jedes Mal zerstört. Dö, dö, dö. Und bei der Tür nochmal schauen. Genau, genau. Beim Black Sapphire. Was war denn das jetzt? Hallo? Junge. Battleship Punching Bag, oder was? Ja, applaudiere für Alaska. Oh, du siehst aber aus, wenn man schlägt der Container zurück. Oder? Hahaha. Oder? Jetzt wird es aber persönlich. Was ist denn da los? Scheiße. Na gut. Er ist wirklich Falkenauge? Jo, okay. Sein, well played. Well played, well eared, oder so. Gut geohrt. Minecraft und Chat? Erstmal Stream gönnen, um Ruhe zu bekommen. Ganze Woche läuft extrem mies. So hat er erstmal zwei Stunden länger arbeiten müssen. Gerade er ist richtig angekommen zu Hause und nur entspannen. Dann aber aller spätestens, ne? Du weißt, wenn die Woche so scheiße war, muss die nächste aus Prinzip besser werden. Da glauben wir dran. Neuer Monat ist ja dann auch, ne? Alles neu macht der Oktober. Also, das wird bestimmt wieder. Ja. Jetzt erstmal ein Gechillten. Und dann wird das. Oder ist es Tommy Morgenstern? Wie war das jetzt mit der Stimme, Leute? Ach, Mann. So, da vorne ist das Versteck. Ja. Und ich hoffe, da ist jetzt auch was Geiles drin. Ich meine, das sind alles Agenten, ne? Die Chance, dass diese Lagerhalle oder whatever jetzt einfach leer ist. Und einfach so ein riesiger Stinkefinger da steht. So ein aufblasbarer. Die Chance ist auf jeden Fall auch nie null. Aber maybe... Haben wir Glück. Zum Versteck begeben. Ach hier, der Container, oder was? Ah, Müllcontainer. Ne, das ist ja schon mal sehr einladend. Was mache ich mit dem Ding? Aufknacken, zur Seite schieben. Ach, bewegen. Jo, na, drei Kons, die braucht das, Junge. Rüber da. Hier ist das Versteck. Ja, du hast nichts gesehen da drüben, ne? Du hast nichts gesehen. Sweet Dreams BD-Headset aus Panzerlaminat. Hm. Dann haben wir einen lesbaren Splitter für Katja und einen Haufen Euro-Dollar. Oh, boy. Okay, okay. Die sacken wir ein. Die schmecken aber, die Eddies. Nice. Und der Splitter für Katja. Katja, ich habe im Stadion das Gerücht gehört, dass Soverel nach jemandem in Dogtown sucht. Meld dich, sobald du kannst. Ich lasse die Sachen wie ausgemacht hier und habe noch ein kleines Extra für dich hinzugefügt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sondern meld dich bei mir. Hier, uns fällt schon was ein. Ah, Jerry ist voll der Besorgte, ne? Das ist ja sehr süß von ihm. Jerry, du alte Süßmaus. Schön. Den hatten wir lange nicht. Sehr, sehr gut. Das wird dir nicht gefallen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat sich Songbird bei einigen erst gemeldet, nachdem sie diese Quest fertig hatten? Ja. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Aber was ich immer gelesen habe, ist, oh, das Songbird einfach wirklich ewig braucht, ne? Da wirst du bestimmt auch Leute gehabt haben, die einfach so lange geschlafen haben, bis sie sich gemeldet hat. Maybe tryen wir das auch mal. Und wenn sie sich nach siebenmal schlafen oder so nicht meldet, dann sieht es mit dieser Quest tatsächlich schlecht aus. Das ist wohl so. Du kannst auch da warten, wo du bist. Du musst nicht ins Bett gehen. Ich gehe aber so gern schlafen auf meiner versüchten Matratze. Ja. Aber gut zu wissen, dass es auch ohne geht. Vercraftierl auch so, schlimmer tatsächlich. Schlimmer. Guck mal. Hier fahre ich sogar im Boden. Und versinke so ein bisschen. Hab ja jetzt seit auch zwei Jahren, glaube ich, kein Auto mehr oder länger schon. Und es ist ja sogar bessere Fahrphysik, ne? In Cyberpunk. Cyberpunk. Man kennt ihn. Wenn ich da an den Anfang denke, also... Huhu, boy. Da sind wir ja aber rumgerauscht mit Maus und Tastatur. Reed. Was zum Teufel willst du, Reed? Du bist eine Enttäuschung, Reed. Oh, oh. Für mich, für Song. Oh, oh. Wir hätten ihr helfen können. Oh nein. Zusammen. Das wollte sie nicht. Du hilfst einer Verräterin, die fast die Präsidentin der N-USA umgebracht hätte. Aha. Sie ist keine Terroristin. Ja, ich mach, was ich für richtig halte. Sorry, Reed. Ich hab mich entschieden. Ich mach hier keinen Rückzieher mehr. Du verstehst das nicht. Es geht nicht mehr um uns beide. Ihr zwei seid jetzt Feinde der N-USA. Wir, die FIA, finden euch beide. Es gibt keinen Ausweg mehr, wie. Oh, scheiße. Die FIA macht dir Ärger, oder? Warum rufst du mich überhaupt an? Um mich zu warnen, maybe? Warum rufst du mich dann an, wenn alles vorbei ist, Reed? Ist das eine Verhandlungstaktik, oder was? Dafür ist es zu spät, wie. Ich sag nur, dass wir uns bald sehen. Du, Song und ich. Verstanden? Und ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft. Ah, okay. Danke für die Warnung. Sehr nett. Ich denke auch, dass da was hinter den Worten mitschwingt. Ich ergebe mich nicht. Uns findet keiner. So. Du blöpfst doch nur, Reed. Die FIA wird uns niemals finden. Sagt ein Amateursöldner, der eine kranke Frau mit sich rumschleppen muss. Mhm. Arroganz macht einen blind. Du hast keine Ahnung, wie sehr du bald in der Scheiße steckst. Wenn dir deine Arroganz dann sagt, du sollst weiterkämpfen und sterben, dann vergiss nicht. Du wirst nicht alleine sterben. Deine Sturheit im Angesicht des Todes wird auch Soumy das Leben kosten. Okay. Das war nicht schön. Aber so wie wir Reed kennen, versucht er auch da uns zu retten. Zu helfen. Hoffe ich. Oh Mann, ich will ihm nicht ins Gesicht schießen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Munition, ne? Na gut, 74. Ja, doch. Ich glaube. Ich glaube, das ist okay. Sehr gut, sehr gut. Und ein gutes Zeichen, dass sich Reed gemeldet hat. Also echt ein bisschen toxic von Cyberpunk. Dass die eine Nebenquests verbuggt ist, die irgendwie auch big mit der Mainstory zu tun hat. Aber zumindest scheint die Mainstory trotzdem ohne die zu funktionieren. Und mich wird niemand finden, weil ich auch nie zu derselben versifften Matratze zurückkehre. Und auf der dann irgendwie stundenlang rummächtige. Nee, nee. Ihr werdet mich niemals finden. Ihr miesen Schweine. Leben kriegt ihr mich nie. Ja. Das war eine blöde Drohung. Dann machen wir jetzt ein bisschen Bubu-Time-Extreme. Und dann sind wir gespannt, ob unser Handy nochmal klingelte. Habe extra die Vibration auf Maximum gestellt. Das habe ich bei Tobi gelernt. Handy immer in der Arschtasche und Vibration auf Maximum. Damit man immer merkt, wenn man angerufen wird. Komischerweise will dieser Mann auch, dass ich ihn häufig anrufe. Aber er geht nie ran. Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Na ja. Schlafen. Bin müde. Ist wieder einer dieser Tage, wenn man ist müde vom Schlafen. Man kennt das. Oh, Junge. Die Allergiemittel. Sie kicken. Jetzt neu macht noch müder als ohnehin schon. Jetzt hast du wieder sieben Krankheiten mehr. Das läppert sich jetzt. Jetzt wieder sieben. Aber vielleicht heben sich die Viren und Bakterien auch gegenseitig auf. Weil er isst ja wie mit so Plus und Minus. Minus mal Minus ergibt Ebola usw. Aber, hallo, möchte jemand telefonieren, telefonieren, anyone, du Regal, ne, das hier ist der Kackeimer, oh ja, ich hoffe das ist Rost, aber ich ahne Schlimmes, Kaschmierwolle, Junge, das gute Kaschmier, tja, immer noch nicht gemeldet, ne, ein Mal mach ich noch, oder zweimal, Mama, ich geh noch mal schlafen, ich hab heute Bauchauer, ich kann nicht in die Schule, schreibst mir ein Zettel, Jörg, du bist 47 Jahre alt, ja, ich kann nicht, Mutti, ich will nicht mehr, der Chef ist scheiße, du bist selbstständig, Jörg, ja, Mutter, hilf mir doch, noch 8 Mal, einfach so lange schlafen, wir verschlafen das Finale, weißt du, das ist auch schön, Magnus, vielen Dank für die Abo-Geschenke, Dankeschön Oh Na klar, bei dir alles okay? Du klingst nicht so gut, sicher, dass es geht? Schon okay, hilft dir nichts Sollte ich mir Sorgen machen? Das bringt auch nichts, kümmere dich um deinen Part, hab uns einen Wagen besorgt Ich schick dir die Koordinaten Okay, bis dann Ja, ja, wie wir gerade gehört haben, bin ich super Autofahrer, ne? Wir treffen uns an der Gasse beim Hauptquartier von N54 News Okay Ich bin unterwegs Ja, mein Plan mit nebenbei Nebenquests machen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ist jetzt bedingt gut gelaufen Aber Solange die Türen vom Auto jetzt selbstständig aufgehen, glaube ich Wir sind dahingehend safe, hoffe ich Wo ist das denn? Oh, das ist aber einen ganzen Meter entfernt, da können wir, glaube ich, schnell reisen, oder? Wie? Können wir hier rüber hüpfen? Was ist denn das jetzt? Boing, Dankeschön Ja, das Geländer war einfach zu krass Bruder, hast du das Geländer gesehen gerade? Das war viel zu heftig Boah, Stefan Raab hat da auch schon bessere Zeiten, ha? Holy Shit Na gut, dann wählen wir unser Ziel Und das ist auch ziemlich nah hier Downtown Central, ja Da wollen wir rein Am Anfang Hier ist es so ein Wig, dass man maximal ein paar Wochen zu leben hat Und Craft Band erstmal alle durch, ja Lebe nicht dein Leben, sondern verschlafe deinen Traum Das ist schon immer mein Motto gewesen Und endlich in Cyberpunk, ja Da kann man es einfach ausüben Ich hätte fast Leben gesagt, aber das hätte nicht gepasst So viel Leben ist dann auch schwierig Da ich einiges verpasst habe, wie ist denn der Stand der Main Story? Wir haben Alex und Reed verraten Die haben Hanson und seine Leute platt gemacht Und wir sind mit Songbird abgehauen Und haben alle über den Haufen geschossen Das war eigentlich so der Stand jetzt Und Songbird war richtig im Arsch Und ist dann abgehauen Und wollte sich dann melden Wenn es ihr besser geht, sie einen Plan hat Weil eigentlich wollen wir wir ja auch retten Sie hatte ja diese Tech da dann auch mitgehen lassen Und wir sich da auch selber retten Weil uns macht so gesehen Johnny kaputt Und sie hat dasselbe mit der Black Wall Also mal sehen, wo die Reise jetzt hingeht So richtig sicher ist ihr gefühlt noch nichts Darum ist das der Stand der Dinge Und jetzt mal gucken, wie ihr Plan aussieht Und wie sie aussieht Also letztes Mal war ja mehr Walking Dead als Cyberpunk Wo wir sie gesehen haben Viel Spaß mit dieser absolut gottlos guten Mission Das klingt doch geil Dankeschön Songbird hat den Schlüssel für das Tor Ja, das ist die geheime Ultra Tech Der verdammte Schlüssel Richtig geil Er war auch so ein richtig alter Schlüssel Ja, passend zu diesem großartigen Auto Wo ist denn der vom LKW gefallen? Alter Jo Der geht ja kaputt, wenn man auf den LKW rauf fährt Sogar mit Einschusslöchern Ach, du Scheiße Scheiße Du siehst echt Wie Hallo Meine Sinne lassen nach Sehr Dunkle Punkte Ich krieg kaum Luft Jo, sowas bei meinem allergischen Schock Hast du was mit Nüssen gegessen? Kann ich irgendwie helfen? Wie Kann ich dir helfen? Scheiße Wo warst du so lange? Bin direkt hergekommen Hab mit Reed gesprochen Ich Hab mit Reed gesprochen Hm Und? Hat uns gedroht Die FIA kriegen uns Sturer alter Bock Das ist eine schöne Option, Junge Ich sag's dir Reed ist ein sturer alter Bock Der lässt einfach nicht locker Gibt's was Neues? Irgendwas? Hat uns gedroht Ein paar weise Worte Ein paar Drohungen mit der FIA So läuft das bei ihm Ah Verhandlungen nach Vorschrift So haben wir das genannt Du bist Reed wirklich wichtig Er ist ein geschickter Manipulator Ja ich hoffe nicht Dass er das ist Und mich die ganze Zeit So doppelzüngig Um den Finger gewickelt hat Aber es ist ihm natürlich Zuzutrauen Dennoch Die Wichtigkeit Ich glaube Du bist ihm echt wichtig Er findet mich bloß nützlich Dafür Sich gut zu fühlen Und sich Sein Verhalten Schön zu reden So jung Und so verbittert Da seh ich mich Du bist so klein Sagt der PicoBot Zum NanoMac Hm Auf geht's Schaffst du das Du siehst nicht gut aus Schaffst du das Das hängt ganz von dir ab Oh Die geheime Klinik Weißt du noch Ist auf dem Mond What Auf mich wartet Ein Shuttle dorthin Oh Wow Ganz schön fancy Fancy schmancy Das ist meine letzte Hoffnung Fancy schmancy Wahrscheinlich Bin ich deren Versuchskaninchen Die werden die KI Aus der Neuralmatrix Extrahieren Einen Prototyp Für unser Heilmittel Erschaffen Ich melde mich bei dir Sobald sie für uns Beide bereit sind Versprochen Klingt echt riskant Aber naja Das war ja alles Bis hierhin Dann Warte ich einfach ab Und Shuttles Starten am Spaceport NCX Da müssen wir hin Ich kann echt einfach Reinspazieren In meinem Zustand Würde das Aufmerksamkeit erregen Also spazierst du rein Und öffnest mir Anschließend im Tycho Terminal Eine Seitentür Easy Das könnte funktionieren Das Tycho Terminal Wird renoviert Wenige Leute Viel Blickschutz Und wahrscheinlich Minimale Sicherheitsvorkehrungen Das hilft Meinst du du kannst mir helfen Na ich schaff das so Ich schaff das schon allein Du solltest dich lieber Etwas ausruhen Ich versuch's Aber sag mir Bescheid Wenn du mich im Net brauchst Ja ihr letztes Mal schon bereut Dass ich sie da gefordert habe Dieser ganze Scheiß Ist zu viel Weißt du wie Ich hab so viele Leute verletzt Frag mich Ob man das überhaupt Vermeiden kann Andere Zu verletzen Johnny hätte dazu Bestimmt eine Meinung Ich geb mein Bestes Ja Leuten oder Katzen Mein Kater würde behaupten Dass das geht Aber Naja Der kennt ja auch nur mich Was ist eine Antwort Katze Ganz ruhig Okay Kein Problem To the moon Yeah Ich will nicht sterben Ich bereue einfach Ich will Äh Hilf mir Oh wow Abzuhauen Okay krass war das jetzt Eine Nami Nico Robbins Zitate Sammlung Holy shit Das wird schon klappen Klar wir machen das Die Medikamente wirken Alles okay Wir dürfen nicht rödeln Übernimm das Steuer Okay Oh Könnte eine Diagnose Laufen lassen Yo Techie Ich scanne dich mal Musst deinen genauen Zustand kennen Wie du willst Adrenalin Fehler 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 Scheiße Das stimmt was nicht 23% Systemkompatibilität Du degenerierst schneller Als bei jedem Bekannten Erreger Metastasen Die sich direkt Vom Hirn ausbreiten Alter Äh Das klingt aber gar nicht geil Du meintest das Tücher Terminal Wird gerade renoviert Und von da aus willst du fliegen Hab ein One-Way-Ticket Von jemandem Der nach eigenen Regeln lebt Hattest in letzter Zeit Wenig Glück mit Partnern Doch dann kamst du Könnte also schlimmer sein Aha Interessant Steuer übernehmen Ruh dich aus Yo Komm Ruh dich aus Ich fahre Mach dir keine Sorgen Der eine hat eben schon Geschrien Bitte nicht Der wusste was passiert Diagnosesystem Extrem instabil Erkrankung Unbekannt Neuro Neurobildgebung Abnorm Prognose Schlecht Diagnose Uneindeutig Metastasen Vermutet Fehler Code 11 Und dann Kompletter Kurzschluss Okay Na mal speichern Geht das hier in diesem Moment Machen wir Böp Killing Moon Okay Na dann Driven wir eine Runde Kamera wechseln Ja besser ist ey Wenn ich mit der Perspektive Fahre Da kommen wir nie lebend an Junge Da knalle ich vielleicht mit so großer Geschwindigkeit gegen irgendeine Säule Dass wir auch zum Mond geschleudert werden Aber Ich fürchte Die Chance dafür Auch richtig zu zielen Das ist mir ein bisschen zu riskant Nun gut Fahre zum NCX Ich hatte auch noch die Option zu sagen Dass die von besonders heftiger Security bewacht werden Ne Aber Habe ich mir dann verkniffen Ey ich hab Vorfahrt Hallo Ich hab hier Krankentransport Okay Ich bin ein Krankenwagenfahrer Aber Undercover Bei manchen Leuten ist es unangenehm Im Krankenwagen gesehen zu werden Darum bieten wir einen besonderen Service an Das sind Undercover-Notärzte So Da geht's weiter Benachrichtigungs-Service Orbital Air Ah die begrüßen mich Begrüßen mich am Night City International and Translunar Junge Translunar Wir möchten sie daran erinnern Dass sich alle Fahrzeuge auf dem Gelände des Spaceport An die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten haben Reisende müssen sämtliche Sicherheitsvorschriften beachten Und Anweisungen des Spaceport Personalzeuge leisten Orbital Air behält sich das Recht vor Jegliche Personen Die sich anderen Reisenden gegenüber aggressiv verhalten Ohne Umschweife und für unbegrenzte Dauer festzusetzen Das ist ja nett Hör mal Das ist ja schon sympathisch oder Wenn man nur so in Urlaub fliegen möchte Und dann Ja ja Falls wir Bock haben Knallen wir sie auch mal über den Haufen Hier unterschreiben bitte Na ja Immer noch besser als Urlaub in der Heimat Junge Wow Oh Damn Das ist schon fancy man Den glaube ich Dass sie mich zum Mond bringen können Mach dich bereit Wir sind gleich da Aha Ich bin jetzt kein O-Cosplayer Ja Tatoo Ich musste gerade an unser erstes Gespräch denken Tata Seitdem sind wir weit gekommen Aha Aha Wir sind auch noch nicht am Ende Das stimmt Fühlt sich eher eine Halbzeit an Muss der Coach noch mal eine motivierende Rede schwingen Aber König Theo Den ist gerade nicht in der Nähe glaube ich Darum Lassen wir das vielleicht Einmal rum Was macht der Der parkt hier Ja wenn man so ein Auto fährt Kann man sich leisten überall zu parken oder So teuer kann das Knöllchen da nicht sein Und da vorne sollen wir hin Ah jo Park ich etwa automatisch Das ist ja nett Die Technik der Zukunft Die Zukunft Natürlich kannst du da nicht bewaffnet reingehen Wieso nicht Standardsicherheitsregeln im Spaceport Keine Waffen Achso Ich bring sie dir dann später mit Okay danke Hast du Ratschläge für mich? Also Gibt es einen Spionagetrick Um irgendwo unbemerkt reinzukommen? Oh den brauche ich Benimm dich ganz normal Wie andere Passagiere Nicht stehen bleiben Reden Trödeln Blickkontakt aufnehmen Du musst zu deinem Terminal Und zu deinem Gate Ja ich verhalte mich glücklicherweise immer total normal Soll ich die Maske benutzen? Brauche ich die Maske? Ich meine Reed kennt doch mein Gesicht Die FIA würde die Tech-Signatur In der Security erkennen Das ist ihre Technik Die finden sie überall Ah ok Damn Waffen überreichen Oh scheiße ey Das erinnert mich an was Oh scheiße Ich krieg hier Flashbacks Damals kommt Peggy Plaza Dafür ist keine Zeit Du hast jetzt mehr drauf Du schaffst das Auch ohne Waffen Also nochmal Tycho Terminal Lass dich von niemand Wichtigem entdecken Mhm Halte vor allem Ausschau nach Wachen von Orbital Air Wer weiß worauf die noch achten Ok Dann bis gleich Bis gleich Ja Ich bin zum Glück total unauffällig Sie krabbelt wieder rüber da Yes yes Hey V Jo Ja Viel Glück Danke Danke Kann ich brauchen Ah das war mein Fuß Songbird Hey Mein Name ist von Spaceport Ich werde hier für dich die Augen in alle Richtungen offen halten Ja Jetzt sag ich ein Matsche Fuß Naja Wird vermutlich den meisten Passagieren hier so Soll ich mich nochmal umziehen um unauffälliger zu sein Ich glaube nicht oder Ich glaube wir sind schon ziemlich unauffällig Aber Ich muss unten auf jeden Fall meine Nicht vorhandenen Granaten ausrüsten Verdammt Auch die hat sie mir genommen Ich dachte es ist normal auf dem Flughafen mit einer Granate rumzurennen Nix darf ich Naja Lulu Die Landungen wurden auch abgesagt Ja Alle Unglaublich Alle Landungen What Oh wegen Wait Da hören wir nochmal nochmal speichern Renovierungen Ich lasse dich hier gleich aus Ah wegen Renovierung Ich habe über eine Woche an dieser Überlassungsparty gearbeitet Ja und jetzt ist auch Ich habe extra Hummer von den Lofoten bestellt Für sie überraschend Und jetzt ist es zu schwer für ihn vom Mond zurück zu kommen Ja ist völlig unverständlich oder Nie kommst du mich besuchen nur weil du auf dem Mond lebst Das ist ja Völliger Schwachsinn hier Du willst mich nur nicht besuchen So ist es Klavierspieler am Flughafen Alles völlig normal und cool Man kennt Jo Okay sorry Ja Ich bin normaler Passagier Leute Ich will mir nichts anhören hier Oh shit man Ja Tiberius Ruhiger jetzt Abgeschlossen Wer gibt ihnen das Recht Meine Implantate zu deaktivieren Der Mr. Statt Ist nicht als Waffe registriert Willkommen am Night City International Entrance Luna Ihrem Portal zur Welt Und zu den Sternen Ich muss alle nicht autorisierten Implantate Vorübergehend deaktivieren Direct Link anschließen bitte Ja weil Bedrohen Menschen sind gefährlich Nicht Implantate an sich Na das machen wir lieber nicht Okay Alles klar Ich glaube das wäre nicht so clever hier Bleib ruhig und unauffällig Ja Ah lala Das ist ein sehr motivierter Mitarbeiter Implantatabschaltung erfolgreich Für biometrische ID-Authentifizierung bitte in die Kamera schauen Warte Noch nicht Noch nicht Ich brauche Zeit Um deine Daten mit einem Fake-Profil zu verknüpfen Welche Kamera Welche Kamera genau Die da Wo jetzt Okay Und was genau soll ich machen In die Kamera schauen bitte Da drüben Das dauert nur ein paar Sekunden Ist sie unter mir Können sie nochmal drauf zeigen Ich bin sehr dumm Bin fertig Los Mach schon Ach da Ja ich arbeite nicht mit Facecam Müssen sie wissen Das ist Neuland für mich Gute Tarnung Scan abgeschlossen Orbital Air dankt ihnen für ihre Kooperation Jahrelang trainiert Jetzt musst du mich reinlassen Für den Moment Psycho Terminal Los Und bloß keine Aufmerksamkeit erregen Aber der ist so demotiviert Den hätte ich vielleicht doch bedrohen können Wäre ihm egal gewesen Scheiße Naja Ich scheiß auf Entschuldigungen Okay Cyberware inaktiv Orbital Air möchte sie darüber informieren Dass ihre Kampfimplantate vorübergehend deaktiviert wurden Sie werden wieder aktiviert Sobald sie ihr Ziel erreicht haben Danke für ihre Kooperation Wir wünschen einen angenehmen Flug Das finde ich aber echt spannend Wie hier Sicherheitsmaßnahmen mittlerweile aussehen Das Grau mit der 13 Und Spanimani mit dem 4 Vielen Dank Er liebt seinen Job so wie ich meine Oh nein Entschuldigt euch bei den Zuschauern Die erwarten eine Live-Übertragung der Eröffnungszeremonie Hab alles unter Kontrolle Erinnert dich das an den Arasaka Tower? Als du die Bombe gezündet hast Hey Ich kann auch ganz anders Oh Johnny Wir haben zu tun Komm schon My man Ja da kam aber noch ein kleines Grinsen Er weiß doch Bescheid Der Johnny Boy Er weiß doch Wo ist denn das Gepäckband? Ist es hier unten? Ne Und hier Ne Gepäckband Ich seh's nicht Aber wir finden's bestimmt gleich Hier stehen Leute Na Leute Was geht's? Hey warte mal Wir kennen uns doch Aus dem Agony Ich bin Stammgast Wow Ich kenn dich nicht Mann Hey ganz ruhig Falk ja bloß Da kommt die Security Hör auf mit dem Quatsch Ja ich bin schon weg Ich suche die Gepäckausgabe Die Gepäckausgabe Hier ist auch nicht die Gepäckausgabe Was ist mit diesen Max los? Ist sie hier vielleicht? Das sieht doch so aus Oder? Automatisiert? Ne auch nicht Keine Ahnung Mann Ich kenn mich nicht aus Auf Flughäfen Ist das eine Gepäckausgabe? Auch nicht Ich weiß es nicht Aber wir haben den Code bekommen Das ist schon mal gut Den muss ich nicht suchen Ich habe die Gepäckausgabe